Google gestaltet die Anzeige des Suchresultates selber. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der IENEMAG und Sie schauen Webseitemarketing.ca. Damit man, wenn man dann im Organic Ranking schon gelistet wird, auch angeklickt wird, kann man eben sein Suchresultat gestalten, indem man den Titel auf der Webseite angibt. Das ist das, was oben im Browserfenster drin steht und das Description Tag von den Metatags. Und da ist natürlich die Chance dann grösser, dass jemand draufklickt, je nachdem, was da drin steht. Nun gestaltet das aber Google selber. Schauen wir uns das gleiche anhand von mehreren Beispielen an. Ich habe hier nach Jobsuche gesucht und das wäre jetzt eigentlich hier der Titel der Webseite und das hier das Description Tag. Nun hat aber in dem Fall nach Jobsuche Google dieses Suchresultat angegeben von TopShops. Da steht jobsuche-topshops.ch. Das müsste jetzt also eigentlich auf der Seite im Titel drinstehen. Das ist hier die Seite, wenn ich mir aber hier den Titel anschaue, steht da was total anderes drin, topshops.ch. Ja, und so weiter. Von Jobsuche steht hier überhaupt nichts drin. Das hat also Google jetzt selber zusammengestellt. Und zwar den Suchbegriff, den ich oben eingegeben habe, genommen und hinten den URL angehängt. Ein weiteres Beispiel hier habe ich nach Vorstellungsgespräch gesucht. Wieder dasselbe. Ich habe hier Vorstellungsgespräch und hier kommt der URL. Diesmal kommt es von der Seite hier. Auch hier ist der Titel total anders. Aber was sehe ich hier? Ich bin gleich auf das richtige Ort gesprungen und Google nimmt hier also das Vorstellungsgespräch aus dem Menü raus. Auch eine Möglichkeit, wie Google sich eben hier dieses Resultat selber zusammengestellt hat. Weiteres Beispiel. Ich suche hier nach Webmail und kriege hier Webmail Universität Basel. Das müsste also wieder der Titel sein hier. Ich gehe auf die Seite drauf. Titel ist komplett anders. Woher kommt nun das? Ich habe hier Webmail drin und hinten dran steht Universität Basel. Das steht hier auf der ganzen Webseite nirgends drauf. Und wenn ich weiter suche, finde ich das hier, und das ist ja total gesucht jetzt oder absurd, finde ich das hier auf dem Bild hier drauf oben rechts Uni Basel. Da hat es einen Alt-Tag drauf. Google holt sich also hier bei der Suchresultat-Anzeige. Wieder das Keyword, das ich eingeben habe, plus dieses Universität Basel von diesem Bild hier, was ein Alt-Tag ist. Nicht mal vom Inhalt sonst, sondern von diesem Bild und auch nicht von dem Bild hier, was eigentlich vorher kommen würde. Ganz komisch also. Dann gehe ich noch zum letzten Beispiel. Hier habe ich noch E-Mail gesucht. Das scrore ich ein bisschen weiter unten und kriege hier diesen Eintrag. Speziellerweise fällt hier das Description-Tag. Google zeigt hier nur den Titel an. Und wenn ich auf diese Seite draufstehe, kommt hier auch ganz was anderes. Ich habe hier oben den Titel, Login, Doppelpunkt, LiveNet und so weiter und so fort. Also auch hier kommt nicht, wie hier angetönt, dieses LiveNet.ca mit E-Mail vorne dran, sondern hier kommt ein anderer Titel. Woher dieses Netz kommt, ist klar. Auch hier habe ich wieder das Keyword, nach dem ich gesucht habe, plus das LiveNet, also den URL. So stellen sich also Google diese Titel selber zusammen. Das heisst, ich habe nicht mehr den Einfluss, den ich früher gehabt habe. Warum macht das Google? Einerseits vielleicht, weil er nicht passend ist, der Titel. Andererseits vielleicht, weil er fehlt. Das hatten wir jetzt über den anderen Beispielen nicht. Google will ja schlussendlich, dass sie uns die richtigen Resultate liefert. Also muss das eigentlich perfekt daherkommen. Fragt sich jetzt nur, ob das was bringt oder nicht. Hier testet Google auch noch sehr viel. Das merkt man ganz eindeutig. Da ist man sich noch nicht so einig, ob das dann auch wirklich Erfolg hat oder nicht. Oder im Schluss hätte ich dann eben doch wieder die Informationen von der Webseite genommen werden. Also, Google stellt den eigenen Titel zusammen. Würde mich interessieren, was ihr davon hält. Vor allem die SEOs unter euch werden damit nicht unbedingt befreundet oder Freude daran haben. Kommentare wie im Ried. Mein Name, Philipp Sauber. Ich bin Moderieren im AG und Sie haben WebsiteMarketing.ch geschaut.